Das kann weg, Springs, also wie gesagt eine lila batterie und einen orangenen motor habe ich. Schauen wir mal noch ins letzte Auto, ob hier noch was rumkommt. Alter, das Licht blendet wie sauer, ey. Ne, da kam noch nichts dabei rum. Also entweder bin ich blind oder es hat mir jetzt zweimal schon die Motoren nicht angezeigt. Dass du dann wirklich immer gucken musst, ob der Engine drin ist. Ich hab jetzt aber auch schon lange keine Batterie mehr gefunden. Ja nicht, dass dein Inventar voll ist. Ne, 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 das liegt ja dann draußen rum. Das fällt ja dann raus. Das geht ja auch nicht gleich weg. Ich hab mir eine Chemiestation gekauft übrigens. Cool. Ja, damit können wir gut, ähm, damit können wir zum Beispiel richtig gut Dings machen. Kleber. Kostengünstig. Brauchen wir nämlich nicht mehr so viel Zeug, brauchen wir nicht mehr. Die muss ich in der Werkbank basteln. Kann man nämlich dreckiges Wasser nehmen und ähm, brauchen nur noch ein Knochen pro Kleber. Drei Cooking Cops, zwei Beaker und ein brennendes Fass braucht das Teil. Na, brennendes Fass müsstest du ja theoretisch haben. Das kannst du, glaub ich, auch irgendwie basteln, das brennende Fass. Ich weiß aber nicht, wo das hin ist. Ich hab das im Inventar, das wiss ich. Ach, Schießpulver, Schießpulver. Ich glaub, die Bondage heilt vielleicht noch mit. Ich hab das Schießpulver mitnehmen. Brass, Scrap. Lead, ey, wer braucht schon Lead? Noch mehr Brass. So. Painkiller. Hm. So. Da ist keiner weg. Gläser haben wir hier noch. Hm. Also wie gesagt, einen Orangenen Motor hab ich. Aber den könnten wir theoretisch uns auch aufheben für, ähm, für eine Chainsaw oder sowas. Äh, was war denn jetzt? Das war, das war, das war, das war, das war, das war weg. Das war weg. Ach, jetzt hab ich den Mist wieder hier gesammelt. Na gut. Also die Tiefgarage hat sich auch nicht wirklich gelohnt. Guck ich mal noch ein bisschen weiter rum hier. Haben sie erst... 18 Uhr. Hier steht noch ein Auto. Ach, hier drinnen steht auch noch ein Auto. Also ich glaube aber echt, dass es fast noch was mit dem Zustand der Autos zu tun hat. Hm. Bin mir nicht sicher, weil ich hab auch schon den Motor einfach nur rausgeholt aus einem Auto, indem ich bloß ins Auto geguckt hab. Das war aber auch noch Alpha 14. Das war aber auch noch Alpha 14. So. Ohne Spei rum. Mechanischen Electric Parts. Okay, jetzt kam ne gelbe Batterie mit raus. Ah, die hat's mir auch nicht angezeigt. Oder bin ich blind? Was gibt's denn nicht? Hm. Ne. Ich hab jetzt bloß wieder zwei Batterien, einen Motor hab ich jetzt in der Tasche. Springs. Ich hab aber noch ein bisschen Platz, also werde ich mal noch ein bisschen weiter gucken. Ja, vergiss aber die Zeit nicht. Es sei denn, du hast einen Platz, wo du dich verschanzen kannst. Ne, ne. Ich mach nur noch das eine Auto hier und dann kommen wir erst mal wieder zurück. Ich muss mich auch auskotzen. Hast du die Zugbrücke noch unten gelassen? Ne, aber die fahnd ich hier gerne wieder hoch machen. Ja, ich sag dir dann kurz vorher Bescheid. Oh, ein Schlag und weg. Nice. So muss das los. Ja. Komm, Papier haben wir jetzt erst mal noch. Mini, gut. Papier kannst du eigentlich nie genug haben. Handtanscht. Oh, Minibike verdammt shit. Ja, aber Papier habe ich schon im Minibike. Jetzt kann ich mein Inventor jetzt nicht noch voll müllen. Ich habe noch mal ein Minibike verdammt shit gefunden. Kannst du ja schon, oder? Ja. Weil dann lese ich das jetzt noch mal. Oh, die Ranch ist aber auch bald im Arsch. Also ich glaube ich muss dann echt bald noch mal runter. Ich würde sagen dann nächsten Tag gehe ich auf jeden Fall runter nach 00. Und mal gucken ob ich da wenigstens in einem Tool & Die Shop. Ah, siehst du denn wieder Tool & Die? In dem Stiff Tools Shop. Ah, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt. Jetzt habe ich einen 204er Motor. Der ist gelb. Der ist gelb. Der ist gelb. Den hast du mir jetzt komischerweise angezeigt. Was? Besser als der Orangenschwache. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt den Orangenschwache behalte ich mal. Falls wir mal noch Kettensäger oder sowas finden. Oder Bohrer. Ein Bohrer wäre natürlich richtig nice. Oh ja, da kannst du schön schnell buddeln. Ja, das ist... Ein Bohrer hat es schon. Also ein Bohrer wäre schon echt cool. So wie spät haben wir es? Macht allerdings auch ordentlich kracht das Ding. Ja, das ist richtig. Aber... Wie gesagt... Aloe vera. Ach ja, komm. Ist gut ey. Scrap. So, ich werde mich dann jetzt auf dem Heimweg machen. Bäh. Hast du für dein Minibike schon alles zusammen eigentlich? Ja, mir fehlt nur der Motor. Nur der Motor. Okay. Ersatzbatterien haben wir ja auch genug. Kurz seh mich nochmal schnell aus hier. Zack. Na komm, das bisschen liegt nehmen wir jetzt mit. So, ich lauf hier oben auf der Brücke... äh auf der Brücke auf der Mauerpatrouille. Okay. Bin auf dem Weg. Wenn hier was kommt... Gibt's ein Pfeil. Ja, ich seh dich. Hast du mich gehört? Ja, ich seh dich. Achso. Ja, für die Hupe bin ich noch zu weit weg. Denk ich mal. Boah, lass bitte die Hupe weg, sonst krieg ich einen Lachanfall. Warum? Ist doch cool die Hupe. Ich find's bloß blöd, dass man auf dem Bike nicht in die Ego wechseln kann. Das find ich ein bisschen doof. Oh nein. Das sieht aus. Komm, das war gut reingefahren. Oh Mann. So. Jetzt war das Ding natürlich noch eingeparkt. Also hier, wenn du ein brennendes Fass brauchst, kannst du von den drei Fässern hier oben eins nehmen, oder? Ja, ich brauch aber ein brennendes Fass. Ja, du brauchst so ein Fass und dann musst du da irgendwie noch Holz oder was weiß ich was das war. Ich hab das schon mal gesehen irgendwo. Gib mal einen Burning Barrel oder sowas. Keine Ahnung. Oder wie das heißt. Ach halt, ich hab vergessen das Licht auszumachen. Ich merk's. Sorry. So, was kann ich denn jetzt mitnehmen? Ach ja, tu nicht so. Okay, jetzt muss ich dann erstmal gleich wegen den Hunting Rifle gucken. Okay, warte mal, hier ist jetzt doch schlecht. Und Holz braucht man dafür bloß. Oder Forged Iron. Ja, genau. Ähm, die 44er, kannst du die selber assemblen? Ja. Ja, dann schmeiß ich dir den Griff hier vorne in die Waffenkiste rein. Und dein blaues... ach, das Barrel hab ich hier. Hä, wo hab ich das Barrel? Ach, das ist noch oben. Ne, halt warte, die brauch ich woanders. Äh, hier ist jetzt... ne, hier ist jetzt nicht. Okay, kannst gucken. Kann mal eine Helmlampe ausmachen. So, packe ich die Teile erstmal hier rein. Ähm, die 3... Puh, wir brauchen unbedingt noch ne Kiste, ey. Die ist mal eben von 303 auf 387 gesprungen. Ja, ist doch doch froh. Seifrau, Seifrau. Brauchen noch ne Secret Chest. Security Chest, so rum. Also die Range... Ja, und die Shotgun, die hat 238. Die ist aber auch schon fast kaputt. Ähm, ja, ich hab oben im Moped ist noch ein Barrel für dich. Ein blaues. Ähm. Ja, Süße, ich hab neben den Safe da oben mal noch ne Kiste dran gehängt. Aber jetzt müssen wir mal gleich mal was probieren. Jetzt mach ich das zwar wieder in der Off... Naja, in der Aufnahme ist scheiße. Ne, das ist Mist, das mach ich jetzt nicht. Was? Nally Left? Ach, ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Okay, gut. Machen wir das erstmal so. Packen wir das Zeug da rein. Ja, und meine Befürchtung hat sich bestätigt. Wieso ist hier eigentlich Sprit drin? Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ach, die Headlights sind noch oben. Ja, es kann sein, dass Nally jetzt erstmal ein bisschen länger braucht, bis sie wieder kommt. Wenn sie überhaupt gleich wieder kommt. Vermutlich hat sie ihr Rechner grad verabschiedet. Das ist das Problem, was ich das letzte Mal angesprochen hatte. Ähm... Was haben wir noch? Lead ist hier. Das, das, das... Das... Aber ich werde in der Zeit ein bisschen vorarbeiten und schon mal gucken, dass wir noch Zeug zusammen kriegen. Ist halt nervig. Wenn der Rechner nicht macht, was man will oder möchte, beziehungsweise... Nein, das war falsch. Federn. Federn, 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 Federn. So, Old Cash haben wir oben, weil zwei Stacks voll. Das geht wieder so nicht. Okay. Machen wir das so. Ähm... Press. Naja, haben wir auch schon ordentlich drinne. Okay. Spritschrank war der. Ja, also Alkohle hapert's echt wie blöd. Das ist echt scheiße. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen, bis der den Radiator eingeschmolzen hat. Gut. Gut, 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 gut. So. Also ich hoffe, dass sie wenigstens wieder ins TS kommt. Wenn sie soweit ist. Eine Bandage. Okay. Derzeit geh ich mal das Minibike ausräumen. Wääh. Ach, nicht draufsetzen. Okay. Ich glaube, ich brauche da mal langsam wieder ein Repair-Kit. Zack, 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 zack. Okay, warum habe ich die Arrows eigentlich mitgenommen? Keine Ahnung. So, wo hatten wir jetzt die Hunting Rifle drin? Ich glaube, die war hier drin. Ja. Genau. Hunting Rifle. Ach, die hat auch schon gelbe Teile. Na gut. Dann nehmen wir jetzt auch das Grüne dafür. Ach, ist das? Hä? Pistol-Ports? Ah, okay. Das waren die Hunting Rifle-Ports. Dann kann man die jetzt auch gleich scrappen. Pistol-Pistol. Was habe ich denn hier für Ports drin? Okay. Dann klatsche ich mir doch glatt mal die da rein. Dann wird sie auch gleich blau. Hehehe. So, und das ist für ein Alinchen. Wo ist jetzt die Hunting Rifle da? Ach, und die fehlen sogar noch komplett. Okay, dann haben wir jetzt eine fertige Hunting Rifle. Mach gleich mal 300er Status. Läuft, würd ich sagen. Läuft. So, die fehlen alle noch. Okay. zwang Schlapp. Das war's für ein Jahr. Ich hab cinq ein, das war's für ein Jahr. Oh, am ich wieder da? Oh, was du lieber da? Okay, ich habe auch mit dem, ein von Weisenberg. Das war's für ein Jahr. Ich hab, was das. Das war's für ein Jahr. Und ich habe mich bei dir das vor, wo die Daten addition. Da war's für ein Jahr. Ich werde die illegal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020